Alle fallen so runter, denn wir sind heute wieder in der vollen Lobby unterwegs, ich fange einfach mal bei mir oben an. Es ist dabei der Berst, es ist dabei Liby Ronja, Damian, Fancy Dancy, der Falke, der Kirito, der Kloppo, der Laluna, der Logo, der Micha, Ray, der Samanto, der Tiger, ich komme nicht mehr hinterher. So, liebe Zuschauer, das ist keine Krankheit, das ist die Verbindung von lieben Peter, warum der so ein bisschen abgab drüberkommt. Alter Schwede, ja, das ist eine Krankheit. Oh ja, nah am Tourette. Fuck, ich habe vergessen, loszufahren. Oh nein! Ach du krank, krank! Ich komme durch, ich komme durch! Ich komme durch! Ich komme durch! Sieht doch gut aus, sieht doch gut aus, sieht doch gut aus, und es war's. Sehr schön, sehr schön. Hala Luna, ich hau dich weg! Nein! Nein, du baust dich nicht weg, nein! Oh, fuck. Oh mein Gott, krank! So, wir sind durch. Ja, 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 ja! Ja, ich sage mal, die Besten machen es nochmal, aber einfach für die Zuschauer, ja? Ja, 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 ja. Ey, Feukel, und nicht von hinten anstoßen! Oh! Von hinten, eben kein YouTube-Geld! Oh, Bene, bist du sicher mit dem, ne? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für Maps tut. Also ich sage jetzt schon mal, mit dem 4-Seit-Fahrt rein. Oh, das sieht gut aus, das sieht nicht gut aus, das sieht überhaupt nicht gut aus! Oh, das kann ich nicht! Oh, oh! Ich habe es geschafft, diesen kleinen Spalt, den man da vorbeifahren kann. Ich habe es geschafft, da vorbeizufahren. Also überhaupt nicht erst in den Gou reinzukommen. So, jetzt holen wir hier erstmal den ersten Platz, ganz easy! Oh, oh! Ja, danke für die Freibahn! Wer ist der erste? Ich, ich, ich! Lange oder kurz? Ach, meine... Ganz lang! Alles klar! Nee, wie lang geht der scheiß Wallride? Das ist ein, äh, eine Spirale! Ja, egal! Ich bin oben! Aber es ist nett, dass ich mir eine glaub. So, wir laufen müssen dann eine Jump. Das war Bock-Boost! Äh, Currywurst! Mit Pommes! Ah, aber rot-weiß dann, ja. Pommes-Pommes geöffnet! Pommes-Schwank, wenn du das... Ja, danke, dafür müssen wir uns starker sagen. Oh, das Mädchen ist wieder unterwegs! Und also Eier-Legel-Krein! Mỹ-Legel-Legel-Legel! Ein Logo unserer beste Legger-Henne? Ja! Nein, nein! 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 Lein! Nein! Nein! Nein, 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 nein. Logo ist Bodenhaltung. Nicht Freiland selbst gestreichelt und so? Ne, ne, ne. Ne, Kielfischhaltung. Ja, aber es ist alles ein großer Raum und Logo ist zu dem Himmel neben uns. So wie früher. Hey, ich hab's hinter. Ich hab's hinter. Oh, ich trage dich. Die einen saß immer im Käfig, ne? Ja, genau. Ach, Manu. Der wird schlecht. Ey, was ist das hier? Boah, ich bin ja auch nicht mehr. Ey, ist das schon wieder, wenn man mich nicht lenken darf? Boah. Das war sie. Ich... Genau dasselbe mach ich auch immer. Oh. Ja, das kann man nicht. Boah, zwei Runden? Ja, ja. Okay, Kloppos, Traitor. Ja. Kann mal einer zu mir kommen und das für mich fahren, bitte? Oh. Nein. Thomas, Thomas. Komm mal, komm mal kurz. Oh, Mann. Ich komm bei dieser Spirale nicht weit. Was? Ich krieg's nicht hin. Nee, ich bin aber nach vorne. Okay, ich komm nur vorbei, wenn der Kaffee riecht. Kann man so einen Wehrbuch machen? Hab ich da. Aber selbstgemachter Kuchen. Ja, selbstverständlich. Mit frischem Obst. Oh. Selbstverständlich. Ja, Obst ist so gesund, Mensch. Schokolade. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Was soll der Scheiß? Und frischer Kaffee. Ja, frisch gemein. Mach die Automaten. Oh, Mist. Ja. 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 Fuck. Nein. Alter, wie lange gehst du was? Ja, hab ich mich vorher auch gefragt. Oh nein. Na, wundervolle Spyrunden, liebe Leute. Ich hab's geschafft. Wenn ich jetzt explodiere, ne, dann bin ich tiltet bis... Oh. Nein. Ich fähig auch. Ah, du kannst ja jede Luft raus teuer gehen, ne? Ja, ja, ich weiß. Boah, hast du's denn jetzt kaputt? Deine Steuereinheit, Dami. Ja. Du weißt doch, das Werkzeug ist nicht schuld. Oh. Oh, ich bin vorbeigefahren. Nein, ich weiß. Oh. Oh Gott, wo ist er gefallen? Hallo. Hallo, ich bin... Ja, bitte. Der Solo. Basti, auch explodiert? Cool. Bei was? Beim Runterfliegen? Ah, mehrfach. Also jetzt das erste Mal bei der zweite Runde? Ja, ich bin jetzt das zweite Mal explodiert schon beim Runterfliegen. Dami Koffer ziehen. Arschlo. Oh. Keine bösen Wörter. Jetzt bin ich so begehr hier, bitte. Das sind diese an der Kanone hier. Du. Bene. Ich weiß, dass die ganze Verfickte... Oh. 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 Dami in Rage. Ich bin irgendwie den Schatten rausgedreht. Ich war so schön in unserem Buch drin. Oh ne. Aber warum bin ich jetzt wieder Zweiter? Wer hat von euch ja Check Run-Zweiger sein? Die vor mir sind. Fahr mal einfach mal rein. Ne. Was haben wir gestern rausgefunden? Das erzähl ich später. Nach dem nächsten Crash. Das ist der Fall. Äh, schnell gehen. Wenn wir zusammen crashen, dann haben wir eine Falle. Wir haben auch schon mal. Und einmal sind... Fett... Hingeschmissen. Also einer von den zwei Leuten, die vor mir sind, haben einen Check Run-Zweiger gesagt. Sorry. Ich war doch eben nur Text runter. Entschuldigung. Okay. Ich hab's geschafft. Yay. First. Das war eine zweite Runde. Das ist okay. Ich hab gerade den Drop First Strike geschafft. Das ist lang. In der ersten Runde hab ich einen First Strike geschafft. Kloppo hat einen First Strike gedroppt. Alter, der Kloppo hat einen First Strike gehabt. Hier, ja? Nein. Habt ihr gehört? Der Kloppo hat einen First Strike. Ich glaube, du bist ja... Mit der Luft. Äh... Tarieren. Oh, fuck. Ach, ich schlepp mich aber um. Diep. 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 Ja, du wirst dich abbrennen. Diep. Du warst voll arzisch. Ja, ich weiß. Wack the fuck, ey. Ich habe mal eine andere Folge. Hast du den Second Strike läuft? Oder habe ich dich gerade einfach nur überrundet? Ich glaube, du hast dich überrundet, ich bin immer nur Pfläger. Meine Fresse. Ich bin schon wieder ... Gals. Boah ey, wie die drei es einfach vorbeifährt. Ja, was soll ich denn machen? Ja, in der zweiten sind ich nicht wieder reingefahren. Oh ne, was ist denn los? Ernsthaft? Jaja, wer ist reingefahren? Ja, das Problem war, wir hatten noch zu diesem Bike reingefahren. Der wird sowieso reingefahren. Ah, bist du weit gekommen? Naja, ich bin gerade bei der zweiten Runde. Ja, ich seh es. Als ob du da first try durchkommst. Ey, wenn es mein first try wäre, das wäre schön. Für mich war es der first try. Er war schon seit 10 Minuten in der zweiten Runde. Also eigentlich waren es 11, aber okay. Egal, Level 28, easy peasy. Da setzt du einmal deine Kohle auf mich an, ne? Die Map war richtig überwitzig, Alter. Und dann macht der Benedikt. Weint ganz geil. Ach Karina, du warst auch noch hinter mir. Ejo. Ach ja. D, 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 D. D, 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 D. Wer hat das immer noch ein paar Monate drauf? Der Maximalpigmentierte. Der Maximalpigmentierte. Der N-Wort. Der Maximalpigmentierte. Der Maximalpigmentierte. Der N-Wort. Jetzt kommt. EINE! Der N-Wort ist pigmentiert bei drei Seiten. Oder der Mitbürger fassen. Ehm, GTA an, GTA an, aus. GTA an, natürlich. Jawoll, der ist aus. Nein, bitte aus, weil sonst kommt, sonst kriegst du. Das Problem ist, es hat nie jeder alle wachen und so. Oh nö. Komm, hier machen wir das Ding mal so. Kann man, kann man, kann man auch unsichtbar. Ach so. Aber gerade mit geht ja, was Spaß. Oh, da nehmen wir aber alle irgendein Bullshit-Auto. Wer sagt mal was an hier? X80 Proto. X80 Proto. Ne, Voltig, 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 kommt schon. Gilt der? Ja. Benji, mit dem Benji. Benji, mit dem Benji. X80 Proto. Was denn jetzt? X80. Ja, ich kann jetzt, ich find den nicht mehr. Der ist da alphabetisch geordnet. Echt? Ja. Das hab ich nicht gewusst, keine Ahnung. Lücke. Wo bin ich denn? Ich weiß nicht, ich bin mit dem scheiß Benji. Thomas, ist das deine Möp mit den verschiedenen Raketen? Ja, aber die Raketen sind raus. Ah, gut. Ah, gut. Ah, gut. Ah, gut. Ah, gut. Ich auch nicht. Ah, gut. Bei irgendjemand kein GTA holt. Ja, wieder vergessen loszufahren. Ich muss nicht mit anfangen. Das ist mein erstes Dreadn gewesen, denn das ist nicht komisch. Alter Leute! Rums! Sorry, Micha! Was? Ey, jetzt hört man auf, hier mal aufzulenken! Was ist denn immer zu vorn? Zurück oder was? Ja, hin und zurück! Okay, danke! Danke! Ja, da sind Leute Rockets! Alter, ich bin gerade Erster, Jungs! Du warst der Erster! Na! Boah, jetzt holen sie mich doch sowieso! Ich hab wirklich den scheiß Batschi! Ah, war der Container, weil ich musste ausgehen! Fährst! Zäh dich doch! Und zurück aus! Boom! Ah! Ah! Warte, die du wechselst! Geh weg! Geh weg! Schram, oh, Mensch! Na, jetzt aber... Neulphine! Was soll denn, ein Micha? Ah! Ah, jetzt! Ich glaub, ich machen wir jetzt! Glocko, was kommst du mir da entgegen? Klatsch! Boah! Mach das mal in die Arschung! Fuck! Nein! Fuck! Das war eine Scheißschwelle! Geh weg! Nein! Ganz ruhig, größte Aufgabe! Oh, weg da! Das ist eine Scheiße! Lass mich durch! 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 Mach doch, Mann! Lass mich durch! Lass mich durch! Wieso fährst du nicht rein? Das geht doch bei den Lass! Jens, wie fährst du? Jens, wie fährst du? Fahre nach oben! Na ja, scheinbar nicht! Ey, fusch mich, Mann! Ich bin zu langsam in der Karre! Oh! Ich bin doch eh nicht fast! Oh! Ach du? Oh! Oh! Tami! Scheiße, nein! Das ist doch scheiße! Das ist doch scheiße! Nehmen wir mitten in die Fesse. Schau dich doch! Jetzt lass dich scheiß doch mal! Warte, warte, warte! Ey, ich war... Ich hab Dreck von ihm vergessen, das ist blöd. Jetzt geht ihn doch los! Jetzt geht ihn doch los! Jetzt geht's nicht! Nödo! Ich hab ihn ja wieder angeschickt! Ich hab ihn ja wieder angeschickt! Ich schluss mich auch genau auf, was ist das? Ich schluss auf, wer denn... Ah! Noch auf! Ah! Ah! Oh Mann, Alter! 2-0 in der Gegend! Boah, ey! Was ist das in der Fahrt, Alter? Ja, schieb mich hier auf jeden Fall! Oh nein, scheiße! Was ist das?! Wey! Kau rein! Danke! Ja, die Skla-Logo! Oh, schnell! Sie haben es verdient! Nöt nöt! Wehde, ey! Danke, Wehde, Logo! MAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWM EN DEN Zeitung, Ach, Micha. Ja, du hast mich überholt gerade. Ja, du hast mich überholt gerade. Nein, du hast mich überholt. Mann, ey! Mittler komm ich durch! Mittler komm ich durch! Pass auf! Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Ja, Alter, das sind immer wieder mit Absieg mich rein. Wie viele Fucky-Runden sind denn das hier? Neun? Ja, neun. Neun! Alter, wie ich hasse dich! Was? Was ist, Mark? Ich hab nichts verstanden. Ich spiel mir wirklich gut. Ist das doch scheiß Ernst? Geh weg! Geh weg! Boah, die sind ja fest! Geh weg! Du meinst du? Ja! Ja! Guck mal, da kommt er schon wieder! Ja, wo seid ihr? Ich hab doch selber nichts gesehen! Verdammt, okay! Ich hab doch selber nichts gesehen! Du steuerst immer weiter auf mich hoch! Ey, du bist da vorgebraucht! Ich bin wieder scheiße! Ich bin ausgewischen! Ich bin ausgewischen! Wir haben ein neues Eskalations-Schwein im Team! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Komm, komm, komm! Jawohl! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ernsthaft! Oh nein! Oh nein! Wer durfte nicht mehr reinkommen? Alle rein, alle rein! Nein! Ey! Geh weg! Ja, danke! Er solltest aber noch schaffen, glaube ich, oder? Naja, er hat noch eine ganze Runde vor. Ich war 37 Sekunden hinter dir jetzt! Was? Oh! Deswegen danke! Ja, ich fand das auch nicht so lustig, dass die Leute exakt gezielt haben! Nein! Ja! Also das fand ich jetzt auch nicht so gemein! Ich meine, vorhin immer so eine Map, wo es überhaupt nicht vorgesehen ist! Das ist echt scheiße! Ja! Und wo habe ich bei den Tools? Ich habe reden weggerammt, wo es ging! Die Map war gut! Ich war der färste Spieler! Ich war der färste Spieler! Kein einziges Gerammt von euch! Aber das ist auf dem Netz steht gut! Unten rechts, das war das schönste da gerade! Das ist das schönste Ninjas! Finde ich ganz schön toll! Ey, ich hatte den schlechtesten Wagen, das war der Fall! Also da bin ich stolz auf mich! An alle Leute, die noch keine Clou haben! Nein! Machen wir nicht hier, machen wir gleich! Also, tschüss! Tschüss! Tschüss!